In Erwägung unserer Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns klechtern sollen. Die Gesetze seien günstig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass ihr uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, unerschlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir hungrig bleiben, wenn wir dulden, dass ihr uns bestehlt, wollen wir mal feststellen, dass nur auf Fensterscheiben uns von gutem Brot sitzt rennen, das uns fehlt. In Erwägung, dass ihr uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, unerschlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass da Häuser stehen, während ihr uns ohne Bleime lasst, haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In Erwägung, dass wir uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, unerschlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir uns in Erwägung, das wir der Regierung verspricht nicht trauen, haben wir beschlossen, unerschlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. Für uns nur mehr ein gutes Leben aufzubauen, in Erwägung, ihr hört auf Kanonen, andere Sprache könnt ihr nicht verstehen, müssen wir dann eben ja das wird sich lohnen. Die Kanonen auf euch drehen!